Elia Michelle Elia Michelle scheint sich einen Moment zum Nachdenken zu nehmen. Die Schauspielerin machte am letzten Wochenende einen Ausflug in die kalifornischen Berge. Die 27-Jährige, die kürzlich ihren Freund Cory Monteith verloren hat, teilte ein Foto von sich, während sie in einer Höhle liegt und den Ausblick bewundert. Sie schrieb unter das Foto, dass sie die Berge genießt und frische Luft atmet. Der schlanke Star trug eine Sonnenbrille, als dieses Bild entstand. Die brunette Schönheit nahm sich eine kleine Auszeit auf dem Weg nach Big Sur in Kalifornien mit ihrem Schauspielkollegen Jonathan Groff. Einem Anschein nach sucht Elia nach Trost in der Natur auf dem langen Weg der Besserung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017